Mein Name ist Franziska Dietrich und ich studiere Hightech Manufacturing an der FH Campus Wien und ich bin im Rescue Bots Team. Heute möchte ich euch unseren Roboter zeigen. Das Ziel des Rescue Bots Teams ist es, einen Roboter zu bauen und mit dem an einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen und verschiedenste Parcours und Aufgaben, die Katastrophenszenarien nachgestellt sind, zu absolvieren. Meine Aufgabe bei diesem Projekt war es zum Beispiel, diesen Roboterarm zu konzipieren und zu fertigen. Das Coole ist, wenn all das Geplante auf einmal wirklich dasteht und man es angreifen kann und ich lasse mich einfach überraschen, wo es mich in der Zukunft hin bewegt. Mich fasziniert das so sehr durch die Technik, den Menschen Arbeit und gefährliche Aufgaben abzunehmen und ich denke ein bisschen in die Richtung.